Wie du dein Fußballspiel deutlich schneller gestalten kannst, indem du dich auf deine Intuition verlässt, genau das erfährst du in diesem Video. Ich habe es bereits angesprochen, dass du mit deiner Intuition dein Spiel schneller gestalten kannst, sodass dein Gegenspieler wirklich Mühe kriegt, dich zu verteidigen. Und was bedeutet jetzt das mit der Intuition? Also wie funktioniert das wirklich? Es ist ja so, auf dem Platz, man hat immer irgendwelche Gedanken und diese Gedanken, wenn man vor allem zu viele Gedanken hat, dann kann das auch hinderlich sein. Also beziehungsweise es kann dein Spiel langsam machen. Hier gebe ich dir einen wichtigen Tipp mit auf den Weg. Verlasse dich darauf, dass der erste Gedanke der richtige ist. Verlass dich auf deine Intuition. Also wenn du denkst, das ist das Richtige, dann mach es gleich. Das heißt nicht, dass der zweite oder dritte Gedanke, dass die falsch sind. Das kann auch richtig sein, aber es macht einfach dein Spiel langsamer. Es macht es langsamer, auch lesbar, vorausschauend für den Gegenspieler und natürlich viel einfacher auch zu verteidigen zum Beispiel. Wenn du dich hingegen auf deine Intuition verlässt, also auf den erstmöglichen Gedanken, der kommt, den gleich ausführst, so gewinnst du Zeit. So bist du viel schneller in deinen Aktionen, dann wirst du wirklich mühsam für deinen Gegenspieler. Wenn jeder Gedanke nur 0,5 Sekunden braucht, dann hast du 0,5 Sekunden für den ersten Gedanken. Wenn du dich aber für den zweiten oder dritten Gedanken entscheidest, dann hast du eine Sekunde oder eineinhalb Sekunden, vielleicht sogar zwei Sekunden, bis du die Handlung ausgeführt hast. Das ist natürlich viel zu lange. Das macht dein Spiel schleppend, träge, lesbar, gut zu verteidigen. Darum hier übe das auch wirklich, trainiere das auch wirklich, dich auf deine Intuition zu verlassen. Wie kannst du das beispielsweise trainieren? Indem, dass du dich auch unter Zeitdruck bringst. Dass du in nur kurzer Zeit eine gewisse Aktion ausführen musst. Dass du gar nicht sehr viel lange Zeit hast, um das auszuführen, sondern es muss schnell gehen. Tak, tak. Erster Gedanke. So kannst du das trainieren. Und natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig, dir selber immer wieder zu sagen, dass der erste Gedanke, dass deine Intuition richtig ist. Dass du dich auf deine Intuition verlassen kannst. Weil wirklich fast zu 100 Prozent, es ist immer so. Die Intuition, der erste Gedanke ist meistens der richtige. Verlasse dich darauf. Und ein kleiner Tipp, wie du das noch verbessern kannst, ist, dass du auch den Lösungsansatz schon vorher im Gedächtnis hast. Also bevor du den Ball kriegst, dass du dann schon die Lösung bereit hast. Und dass du dann nochmals schneller handeln kannst, wenn du es schon weißt, tak, du kriegst den Ball, er geht gleich weiter. So kannst du dein Spiel nochmals beschleunigen, indem du schon vorher den Lösungsansatz hast, dich darauf verlässt, dass er richtig ist und mit totaler Entschlossenheit dann diese Aktion auch ausführst. So, wenn dir dieses Video, wenn dir dieser Tipp etwas gebracht hat, dann like doch dieses Video, kommentiere auch dieses Video. Und falls du mehr solcher Tipps und Tricks erfahren möchtest, die mit dem hier, dem Kopf zu tun haben, dann abonniere diesen Kanal. Und falls du noch vertiefter eingehen möchtest in dieses Thema, also alles, was mit der mentalen Verfassung zu tun hat, was um den Kopf geht, also mit dem Fußball und dem Kopf der mentalen Verfassung, dann empfehle ich dir in der Videobeschreibung auf den Link zu klicken und dir da das Gratisgeschenk zu sichern. Und ja, jetzt habe ich alles gesagt, außer dass ein wahrer Champion hier oben im Kopf entsteht. Und ja, jetzt habe ich alles gesagt, außer dass ein wahrer Champion hier oben im Kopf ist.